Was kann ich denn rausschmeißen? Oder die Leder wiegt? 1, 4 Stück. Wiegt aber nur 1. Die Bären wiegen soviel, wieder 500 Bären. Den kann ich mal raus und den auch raus, oder reicht das schon? Hm, die hat nur noch 27%, könnte auch raus, kann man wieder ein bisschen laufen. Oh, ich hab ja total vernachlässigt. Ich hoffe, dass ich hier einsetzne. Wie ist denn saufen hier? Kapitel 3 Guten Morgen, mein Nachbar. Ich schließe einige Quests für Nachbarn ab. Erfolgreiches Flirten. Ich denke, ich geh mir an die mit B, wie hieß die noch am Lagerfeuer im ersten Dorf? Die kann nur frei sein, weil die sitzt da jeden Abend und wartet darauf, bis irgendeiner ins Lagerfeuer kommt. die so zuquatscht, bis die irgendwann mal irgendeinen so weit hat, dass sie sich da einnisten kann und ihm die Haare vom Kopf fressen kann hier. Hm, da kommen wir ja ein Stück mal los, ne? eine Minute schlafen, naja, dann warten wir die Minute noch. Hier schon mal ein bisschen brennen, kochen, da kann man nix kochen, direkt acht Stück. In der Zeit nehme ich nochmal einen Huch. Jawoll. Ich hab nur ein Pancake da liegen, aber... Ne, 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 den schaff ich nicht mehr. Vier. Nehmen wir den Beutel, was haben wir denn hier, was können wir säen? Wir können jetzt Kohl säen. Kohl können wir säen. Kohl. 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 Wie. Kohl. Kohl. mehr so gesät ab ins dorf also wenn fix pennen hier 11 sekunden noch dann kann ich mal gucken ob ich hier schon wo haben wir die näherei ressourcenlader häuser überleben crafting hier ist die näherei acht rundholz habe ich hier zwei dann muss man ein paar bäume klatschen dann nehmen wir die schon mal raus du trägst zu viel tun wir die kurz alle mal hier rein die passen nicht alle rein gut nacht das hat wohl nicht geklappt aber kurios ist auch dass ich in diesem bett eingepennt bin und in diesem bett aufgewacht bin anscheinend ist er nacht aktiv oder geht nacht wandern nacht zu wandern nehmen wir die mal alle mit hier kann ich noch laufen hier kann ich nicht laufen dann kommt die axt wieder zurück jetzt kann ich laufen oh den kann ich schon sammeln bisschen kohl sammeln hier kann man schön kohlsuppe machen ein bahn freigeschaltet war das ein bahn weil kohl 63 kohl das hat sich auf jeden fall gelohnt vor viel zu viel jetzt kann man wieder ganz langsam laufen ja da muss ich irgendwas raus schmeißen das messer oder so kann ich auch wieder einsammeln ey was kann ich denn hier rausschmeißen was ein bisschen gewicht hat die bären die sammle ich gleich ein das mal ins vorratslager hier das noch wieder neue pilze haben wenn jetzt im herbst hier neue pilze alles neu so das kommt hier rein dann kommt der kohl hier rein karottensamen kommen hier rein ich habe wieder kohlsamen gekriegt die bären wollte ich verkaufen so sammeln wir mal die bären wieder ein hier kohl und kohl fertilizer benötigt ich will immer f drücken schöne kohlsuppe wird er sich halt ein bisschen von kohlsuppe ernähren müssen der typ aber es ist ja nicht schlimm das passt schon kann man jetzt immer noch bären sammeln hier habe ich anscheinend schon alles abgeahntet habe ich die schon gesammelt hier bin mir gar nicht mehr so sicher jawohl haben wir das auch leer okay der winter naht ich glaube ich brauche andere kleidung jetzt ist noch alles in ordnung für den winter brauche ich noch eine andere kleidung sonst wird das nix unold hey hast du im moment zeit für dich ja dann nicht mein kumpel so ich muss wieder ja blitzbohr den hole ich mir auch in die bude oh wer bist du denn eine alte was hast du denn leinenfaden trinkschlauch eine sense und eine tasche kannuta schwierig schwierig ja du warst leider verheiratet du warst verheiratet Ulrike auch Dobomira das ist die frau die wir suchen die pennt gerade Unigoss der geht wieder weg ich werde doch meine Bären verkaufen hier 350 gold dann machen wir noch mal 170 gold das leder brauchen wir das fleisch auch ok wir haben schuhe rosen und hemd was hat der verwahren nichts da war noch eine quest kann ich dir aber etwas helfen Mist darf ich dich etwas fragen klar auch also Das ist nur noch eins. Weiter. Was will der denn haben? Ein Messer? Genau wie Papa. Okay, was hat der denn gekriegt von mir? Nichts.